Alter, guck mal, was ist denn hier los? Alter, was ist eine Schlange? Unglaublich, ey, wir sind Jungs schon. Ey, Mo, Mo! Ey, krass, guck mal, guck mal. Fein! Ja, fein! Ja, fein, ja, fein. Spast, Alter. Mega laut. Spast, ey. Kommt ihr in den Dress rein? Ja, normal, der Chef hat sich reingladen. Lass uns mal mit Tierschläge reden. Guten Abend? Ja, Jungs, in diesen Klamotten kommt ihr heute nicht rein. Wieso, was? Anweisung vom Chef, wir haben heute hier Dressko. Ja, aber der Chef hat mich noch... Nein, der lässt mich auch gar nicht auf Diskussion ein. Nee, der Chef hat mich auf die Gästeliste geschrieben, alle. Die Gästeliste. Ja, guck doch mal, was ist denn los? Was heißt hier in den Dress nicht? Da steht Flame plus 10, check die Guestlist. Und da die Einladung direkt vom Chef ist, lass uns einfach rein und bleib beide so hässlich. Das ist halt der Bonus und Fame. Ohne das Game könnten wir jetzt sowieso gehen. Jetzt sind wir drinnen und ready für die Party. Die Jungs checken schon, ob das Handy an der Bar geht. Mo macht dann alles klar. Für neue Soldiers Preachings an der Bar. Flex. Hat denn noch eine Blunt im Start? Wenn die brennen, hört man oft ein lautes Bombo. Klar! Tuck, tuck, wird nachher nicht geguckt. Dann schnappeln sich die besten Mami's in Club. Ganz smooth werden Moves ausgepackt. Bis man bei der Hitze denkt, das Haus brennt ab. Heils sind im Haus und Ladies bauten zum Zubi. Jetzt wird's heil. DJ dreht auf und der Sound, den er spielt. Heils sind gut drauf und brauchen kein VIP. Jetzt wird's heil. Und gibt es Party und die Dings for free. Jetzt wird's heil. Genau so für den Sound, baby. Du bewegst dich nicht mit den anderen Frauen, baby. Was ich seh, kommt mir vor wie in nem Frauen, baby. Hier wird man so Sex-Machin wie James Brown, baby. Hey! Was für ein Party? Was für ein Hardy? Machen wir hier gerade dick mit mir Party. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass hier sowas klar geht. Und dass nicht nur eine davon ganz alleine an der Bar steht. Uh! Der Rest movt auch schon. Komisch immer wieder. Das gleiche, wenn wir ins Haus kommen. Mach einfach weiter. Scheiß auf die neidischen Weiber. Die werden eh nie begreifen, dass sie so weiter hinleiden. Ach! Scheiß auf die Blicke und bleib auf dem Wind im Jahr. Kannst du mir bitte noch mal zeigen, was das für schritte war? Finde mich weiter so krass und hör. Es kann es sehr gut sein, dass du später die Nachbarn hörn. Heils sind im Haus und Ladies bauten zum Zubi. Jetzt wird's heil. DJ dreht auf und der Sound, den er spielt. Ich werde singen, wo glaub und brauchen kein VIP. Jetzt wird's heil. Ich kiffe das Party und die Drinks for free. Ich werde singen mit Pein. Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalala Zunge mich. Lalalalalalalalalalalala Jetzt wird's high, wir sind im Haus und Ladies bauten zum Zumpen Jetzt wird's high, der DJ dreht auf und der Sound, den er spielt Jetzt high, wir sind gut drauf und brauchen kein VIP Jetzt wird's high, es gibt das Party und die Jingles for free Jetzt wird's high Jetzt wird's high, wir sind gut drauf, wir sind gut drauf, wir sind gut drauf Ihr hört Flame FM The hottest station in the nation Und jetzt wird's high, wir sind gut drauf, wir sind gut drauf